Also man kann ihn immer nur von hinten erledigen, Leute. Das ist ganz wichtig. Ja, mit einer Granate zum Beispiel. Das habe ich toll gemacht letztes Mal. Das ist auch ganz gut, ganz klar. Irgendwann muss ich opfern und ihn anlocken. Ja, du. Genau, das entscheidet der Tank. Aber es hat ja bis dahin nicht funktioniert. Ich habe mich geopfert, aber ihr habt nicht mitgemacht. Doch, wir haben zugeguckt. Unter anderem. Es war sehr spannend zu sehen, wie du durch die Luft fliegst. So, und jetzt läuft er los. 3, 2, 1. Funny ist meins. Der ist ganz schön geplant. Los, Äffchen. Drück das Knöpfchen. Und gedrückt. Anlage läuft wieder. Ach du Scheiße. What the fuck? Ich bin tot. Ja, das ist mir das letzte Mal auch passiert. Oh, du bist da runtergelaufen, ne? Ja, ja. Erst kam einer und dann... Ja, ganz viele. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es ein bisschen weniger... Desen... Desen... ...Defensive. Defensive. Defensive. Def, Def, Def. Oh, guckt man auch da. Leben, ne? Florian, du hast kein Leben mehr, ne? Doch. Ich habe schon die ganze Zeit kein Leben mehr. Hier. Komm. Bomber! Den hast du aber spät gecallt. Der ist schon explodiert. Du hast Bomber gesagt. In 30 Sekunden haben wir verloren. Nein, haben wir nicht. Warum? Wieso? Die Willisten in der Station beschützen. Falle. Noch 28 Sekunden lang. Was macht? Dann haben wir gewonnen. Geht's dir wieder so? Die werden angegriffen, Timo. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Aber wo denn? Hier ist ja nichts an den Fenstern. Vielleicht Etage höher? Ja, eine Etage höher. Das ist ja hoch. Noch 6 Sekunden, um die Zivilisten zu beschützen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Alter, ich bin tot. Ja, nee, wir haben's geschafft. Nee, haben wir nicht. Die Countdowns, die da ablaufen, sind schlecht. Kommt ihr jetzt? Ja, ja. Ja. Hä? Ist doch nur, ist doch noch ein Weg. Ja, hier hoch. Ich bin einfach nur, wie noch immer hinterher gelaufen. Ja, ich bin, jetzt bin ich auch. Hä? Da oben? Ja. Das habe ich alles jetzt gerade gar nicht gecheckt. Jetzt muss ich mich hier inmitten von Zombies desinfizieren. Wie im Film, ey. Ja, und überall um dich rumfliegen, Kugeln, ey. Piu, piu, Mann. Hallo, Fahrstuhl. Mach dir noch schnell die Zombies hinter dir weg, damit du auch in den Fahrstuhl kannst und so. Ja, so, und dann noch den letzten Sprung, bevor das Tür sich schließt, ey. Genau. Nachladen, wenn's so weit ist wieder. Hier im Beude ist irgendwo dieser komische schreiende Typ, ne? Tieter? Ne, der ist auf der anderen Seite. Tieter, ja. Dieser schreiende Typ. Ich habe ihn jetzt hier mal wegge... Wer fehlt denn noch? Ich bin da. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Meine Güte. Oh. Oh. Wochenende. Ih, Rattenzeugs. Wir sind alle da gesträngelt. Oh, Bulle, Bulle. Kommt der denn her, ich habe gerade noch vor 30 Sekunden genau in diese Ecke geguckt. Ja, Fanny hat gesagt, kurz stehen bleiben. Dann hat er direkt gesagt, ahahaha. Ja, dann hat er gesagt, uuuh. Und das auch. Das ist, äh, zombierisch und heißt Fanny, ich liebe dich. Ach so. Das ist mal nett von ihm. Ich warte auf er hier. Genau. Ey, wir haben unendliche Munition, Leute. Haltet einfach rein. Und wir sind auch bei der Kiste. Oh, was ist hier los? Ach, du Schackse. Soweit der Treibstoff trägt. Nein, ich bin tot. Alles cool. What? Hier um die Ecke wird direkt gecatcht. Normal. Normal. Ja, gut, wen haben wir denn jetzt dabei hier gerade? Daniel. Daniel, also holle Daniel. Also, falls du das mal siehst, hallo. Ey, das ist so mies, die liegen hier alle auf dem Boden und kommen dann erst hoch. Ja, was darfst du denn, was ist das? Dass die schon stehen oder tot sind. Ach, die sind doch schon tot. Die heute sind Zombies. Sie schlafen. Ach so. Ruhe-Phase. Also sind wir nachts Zombie? Oh, ja. Ja. Alter, guckt mal nach da vorne. Ach, ne, jetzt sind wir so. Ich dachte, das wären Ratten zuerst. Ja, und ich dachte, das wären Zombies. Was ist denn bloß los mit deiner Angst vor Ratten hier? Fast voller Energie. Ja, ja, ich bin noch full live. Energy. Rawberries. Sowas hält noch dicht, sonst hätt ich das schon. Was? Im Chat. Aufmachen? Such dir auch hier noch zwei. Ich hab hier noch zwei Türen. Hier, ja, ich hab auch ne Sprenglaude. Warte dann, ich mach Container, du machst die andere. Genau. Machen Container hier. Mosa-Container, super Toiletten. Ja, genau. Doppelstellen, doppelstellen. Doppelstellen. Doppelstellen, immer. Wir sind so ein gutes Team. Ja, so funny weg ist, ne, ja. Der Daniel, der carriert halt einfach. Wer kann, Daniel kann. Ja, Mann. Der Daniel. Ja, wir haben echt ein Problem. Weil wir einfach immer nur rumstehen, ey. Das ist halt, wir merken echt, dass wir bei BH arbeiten. Oh, du bist doch krass, wie du den Kampf geschadet hast, Alter. Ja, ich glaub. Oh, was war das denn? Oh, scheiße, die Minen. Oh, gar nicht. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht weiterlaufen, nicht weiterlaufen. Oh Gott. Achso. Oha. Rücktuch, rücktuch. Irgendwie, dass die da durchlaufen und das auch echt modiert. Ja. Nein. Oh Gott. Oh Gott, nee. Oh, ich denke, das war die letzte Runde. Ja. Ich glaub, auch, dass es jetzt... Oh, die Station ist raus. Oh Gott, nee. 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 Vielen Dank.